Meine Lieben, ja, muss diese Woche doch noch ganz schnell ein Video machen. Und zwar hat mich jemand gefragt oder hat erwähnt diesen Spruch, wer aber aus hat bis ans Ende, der wird gerettet werden. Ja, zuerst müssen wir wissen, wo dieser Spruch herkommt. Und zwar, ich habe ihn, ich kenne ihn von Matthäus 24, 13. Da ist der Spruch. Ich würde mich sehr freuen, wenn die Leute diese Verse angeben. Weil, wie gesagt, viele sagen halt immer diese Dinge und kennen sie aber nicht, wo sie in der Bibel stehen. Wir müssen ja immer das Kontext, den Kontext, den Hintergrund sehen in der Bibel. Wir können nicht einfach ein Vers herausziehen. Na gut, wir können das schon machen, wenn wir zum Beispiel diesen Vers herausziehen. Wer aber aus hat bis zum Ende, der wird gerettet werden. Das heißt eigentlich so viel wie, das gilt für jeden Gläubigen. Jeder Gläubige, der aus hat bis zum Ende. Das heißt, der bis zum Ende Jesus Christus nachfolgt und nicht abfällt. Der wird gerettet werden. Das heißt, nicht nur, ja, ich glaube an Jesus, sondern ich muss ihm auch folgen. Ja, das kann man so auslegen, wenn man möchte. Aber hier redet er im Kontext, und ich weiß nicht 100%, weil Matthäus hat diese Dinge von Jesus niedergeschrieben. Und dann, wo er das Evangelium geschrieben hat, hat er diese Dinge wieder zusammengesetzt. Irgendwie halt nicht unbedingt in chronologischer Folge. Also weiß man oft nicht ganz genau, wo gehören jetzt diese Dinge hin. Wenn man vom Kontext aus geht, also Matthäus 24, 13, dann wissen wir, dass das im Kontext ist, also der Hintergrund ist die Zerstörung des Tempels. Die Zerstörung des Tempels hat Jesus angesprochen. Kein Stein wird auf dem anderen bleiben. Ihr müsst das ganze Kapitel lesen. Und dann ist bis Vers 27, 26, 27, redet oder beschreibt Jesus die Zeichen vor der Zerstörung der Tempel und während der Zerstörung des Tempels. Ja? Wenn ihr das nicht wisst, dann seid ihr, steckt ihr in Dispensionalismus. Und Dispensionalismus ist falsch. Ihr seid falsch unterrichtet. Okay? Matthäus 24 bis Vers 28, 26 ist über die Zerstörung des Tempels. Und das war ganz sehr schlimm. Und wenn er dann sagt, in 13, wer halt aus hat, bis ans Ende wird gerettet werden. Dann redet er davon, dass wer es bis zum Ende schafft, von der Zerstörung des Tempels, der wird gerettet werden. Und nicht gerettet in dem Sinn als Heiligung, sondern gerettet vor dem Tod. Weil wenn wir in Lukas lesen, da steht ja dann am Ende von dieser Beschreibung von der Zerstörung des Tempels, dass sie durch das Schwert fallen werden. Ja? Und das ist halt, oder sie werden weggeführt in Gefangenschaft. Lies das. Das habe ich in meinem letzten oder vorletzten Video ja gelesen. Ja? Sie werden fallen mit dem Schwert und sie werden, oder sie werden in Gefangenschaft geführt. Und das war der Fall halt während der Zerstörung des Tempels, was er hier beschrieben hat. Und dann erst in Kapitel 29, nach den Trübsalen jener Tagen, wird die Sonne dunkel. Und da fängt dann aber erst das Ende an. Der Tag des Herrn. Ja? Ihr müsst es verstehen. Ich weiß, dass ich Neue habe und die verstehen das manchmal nicht. Das ist ganz klar. Weil sie ja verführt sind. Also ab 29, bald, aber nach den Trübsalen jener Tag, wird die Sonne sich verfinstern. Da fängt erst der Tag des Herrn an. Das ist das Ende. Alles davor ist über die Zerstörung vom Tempel. Zum Beispiel hier, 28, ich habe ja auch nicht richtig verstanden, wo das Aas ist. Da sammeln sich die Geier. Was für Aas. Wenn alle, wenn die meisten Leute in Jerusalem zerstört werden, also umgebracht werden, was denkt ihr, wie viel Aas da rumfliegt. Ja? Und sie haben halt dann auch gewandt, lasst euch nicht verführen, als wenn der Wiederkunft des Menschensohn schon da wäre. Nein, nicht während der Zerstörung des Tempels. Der kommt erst am Ende. Nach den Drangsalen jener Tag. Viel später. 2000 Jahre später. Ja? Das heißt, dieser Satz, wer aushält bis zum Ende, hat was zu tun mit den Leuten, die halt damals in Jerusalem gelebt haben. Und Jesus hat ja gesagt, wenn ihr dies und dies seht, geht sofort weg von Jerusalem. Weil dann kommt die Zerstörung von Jerusalem und ihr werdet das nicht überleben. Und die ganze Gemeinde von Jerusalem, die christliche Gemeinde, die sind alle weggegangen. Die Christen sind nicht umgekommen. Sie haben überlebt. Aber man kann das auch so nehmen, wer halt aushat bis zum Ende, das heißt, wer bis zum Ende Jesus Christus nachfolgt, der ist gerettet. Das heißt, alle, ja, alle Gläubigen, wenn sie ausharren bis zum Ende, ja, dann werden sie gerettet werden. Überlegt euch das. Natürlich sagen jetzt viele, ja, das wird über die große Trübsal gesagt. Große Trübsalszeit oder Drangsalzzeit. Am Ende. Ja, und die Dispensionisten, die glauben ja, dass die große Trübsal nach der Entrückung kommt. Ja, wie sollen dann die Gläubigen, wenn sie entrückt werden, ausharren bis zum Ende? Das Ende ist was? Was ist das Ende? Leute, was für ein Ende? Von was für einem Ende hat er da geredet? Das Ende der Welt? Das Ende der Welt passiert ja nicht, weil ja das tausendjährige Reich anfängt. Ende von der Menschheit, was hier in Matthäus bei 29 ist, am Ende von den Trangsalen, weil aber nach den Trangsalen jener Tage, ist das das Ende? Das heißt, jeder, der es aus hat, bis die Trangsalen jener Tage vorbei sind, das heißt, bis die Sonne sich verfinstert, das heißt, wenn der Tag des Herrn anfängt, wenn der Zorn Gottes anfängt, sagt er ja eindeutig. Wenn sie das aushalten bis dahin, dann werden sie gerettet, meint er das? Und die Trangsalen sind ja jetzt. Aber für jemand, der schon vor 100 Jahren gestorben ist oder sogar vor 10 Jahren gestorben ist, was heißt das für den bis an sein Ende, bis an wo er gestorben ist, bis zu seinem Tod? Wer es aushält bis zum Tod? Weil da ist das Ende von jedem Menschen. Auf gar keinen Fall heißt das bis zum Ende von dem Zorn Gottes. Ich habe jetzt genügend Videos gemacht. Zorn Gottes fängt an nach der Erinnerung. Man soll da nicht durcheinander kommen. Da fängt nicht die große Trübsal an. Wenn die Entrückung passiert. Und viele versuchen ja, da die Leute wirklich zu verführen noch. Gerade diese Entrückungsleugner. Es gibt keine geheime Entrückung. Habe ich jetzt genügend darüber geredet. Es gibt keine geheime Entrückung. Wer es aushält bis zum Ende. Und wenn ich aber gleich am Anfang sterbe oder schon vor 10 Jahren, 100 Jahren gestorben bin, dann schaffe ich es ja nicht zum Ende. Wäre ich dann nicht gerettet? Dann muss ich überlegen, was heißt das wirklich? Welches Ende? Mein Ende? Wenn ich es aushalte bis zum Ende. Wenn ich Gott diene und Gott folge bis zu meinem Ende, meinem Lebensende, dann werde ich gerettet werden. Das geht aber gerade gegen das, was in vielen evangelischen, freikirchlichen Gemeinden gepredigt wird. Wir müssen nur glauben, dass Jesus Christus am Kreuze gestorben ist. Vielleicht halt doch nicht. Vielleicht müssen wir halt doch ausharren bis zum Ende. Jeder Einzelne. Jeder Einzelne. Und das heißt nie im Leben, dass es keine Entrückung gibt. Ich kann Dinge nicht einfach herausziehen und dann meine These darauf bauen. Meine Annahme. Es sind ja sonst so bloß Annahmen. Ohne, dass ich das wirklich in der Bibel sehe. Die meisten tun weiterhin halt einfach alles rausschmeißen und nur die Dinge rausziehen, die sie wollen. Und lesen nicht alles. Ich habe jetzt wirklich, denke ich, genügend gezeigt, dass die Entrückung vor dem Zorn Gottes passiert. Ich hoffe, dass sie es gezeigt haben. Und diejenigen, die halt noch durch den Zorn Gottes müssen, weil sie nicht abgeholt wurden von Jesus. Leute, denen wird es nicht gut gehen. Sie werden auch nicht bis zum Ende es schaffen. Ja? Weil dann kommt der, das Mahlzeichen während diesem Zorn Gottes. Das habe ich ja auch schon öfter angesprochen. Und wenn das Mahlzeichen kommt, es wird niemand entkommen. Diese Mahlzeichen. Die, die das Mahlzeichen nicht annehmen, werden geköpft werden. Und wer ist dann zum Schluss noch übrig, am Ende vom Zorn Gottes? Nur die mit dem Mahlzeichen. Und wie sollen die dann gerettet werden? Die werden ja nicht gerettet. Du müsstest wirklich mal überlegen. Also kann das nicht so ausgelegt werden, als wenn die gerettet sind, die es ausharren bis am Ende. Ich habe ja schon auch gesagt, dass die, was ist das Ende? Die denken, das Ende ist, wenn Jesus in den Wolken erscheint. Da ist das Ende. Ja gut, da ist nicht das Ende. Da erscheint Jesus nur in den Wolken. Von welchem, wie gesagt, von welchem Ende redet man? Vom Ende der Menschheit, vom Ende der Zorn Gottes, Ende vom tausendjährigen Reich. Und was für ein Ende redet er hier? Wenn er von Rettung redet, dann redet er vom Ende vom menschlichen Dasein. Das heißt, am Ende von diesem einzelnen Menschen, wo er gerettet ist. Weil es steht ja dann, da jeder, wie heißt es wieder, ich gucke gerade wieder nach. Wer, wer aber ausharren, ausharren bis ans Ende. Wer. Das heißt, eine individuelle Person. Wenn diese individuelle Person ausharren bis zum Ende, wird sie gerettet. Ja. Das heißt, wir reden hier von dem Leben eines Menschen. Wer, der Mensch, wenn der aushält bis zum Ende. Es hat also nichts zu tun mit dem Ende von der Menschheit, generell. Hat nichts zu tun mit dem Ende vom Zorn Gottes oder das tausendjährige Reich. Nee, es ist hier die Rede von einem Menschen. Und wir müssen das überlegen. Weil die Leute, die nehmen das aus dem Kontext und dann tun sie es so, interpretieren, auslegen, wie sie es wollen. Wiederum, wenn man redet vom Ende des Zorn Gottes, was ja sehr viele mit Trübsal verwechseln, ist ein Unterschied. Hier wiederum in Matthäus redet er ja, 29, bald aber nach den Drangsalen jener Tag, also Trübsalen jener Tag, wie wird die Sonne verfinstert. Er redet hier vor dem Zorn Gottes, vor dem Tag des Herrn, das sind die Trübsale. Und jeder, der es bis an das Ende der Trübsale schafft, es schafft aber nicht jeder bis an das Ende von den Trübsalen. Also kann es nicht darauf sich beziehen, sondern es bezieht sich auf jeden Menschen, der es halt, der Jesus nachfolgt bis zum Ende von seinem Tod. Von dem redet er hier. Aber, da es halt im Kontext ist von der Zerstörung des Tempels, dann weiß man halt auch, er redet hier von den Menschen, die während dieser Zeit gelebt haben. Und deshalb, wenn sie aushachen bis zum Ende und Jesus Christus Instruktionen befolgen, dass sie Judah halt verlassen, ihr müsst es mal lesen, wirklich im Ganzen. Glaubt doch nicht immer alle den Blödsinn, was die Leute erzählen. Wacht auf, was in den Gemeinden gepredigt wird und was Leute für Bücher schreiben und alles mögliche, das ist alles, nicht alles, aber meistens gelogen. Ihr müsst es selber untersuchen. Und wiederum, der Zorn Gottes, das überlebt niemand. Na gut, diejenigen, die das Mahlzeichen haben, da können vielleicht einige sein, die das überleben. Aber jemand, der das Mahlzeichen ablehnt, überlebt nicht. Also wird er nicht bis zum Ende überleben, bis Jesus in den Wolken erscheint. Die meisten Leute, die Jesus in den Wolken sehen, sind Ungläubige. Die haben das Mahlzeichen. Sie haben Angst, wenn sie Jesus sehen. Schaut auch nochmal an Zorn Gottes in Offenbarung 16, was da alles passiert während dem Zorn. Und dann überlegt euch, wie viele Leute vielleicht das überleben. Am Ende vom Zorn wird jede Stadt auf dieser Welt zerstört durch ein Erdbeben. Wer überlebt das? Wie viele überleben? Ein Drittel der Gewässer wird vergiftet. Wie viele werden da sterben? Ein Drittel der Landmassen werden verbrannt. Wer wird das überleben? Wer wird diesen Hamageddon-Krieg überleben? Und ich sage euch, es werden nicht nur Männer zu diesem Hamageddon-Krieg gezogen, sondern auch Frauen. Sie bereiten die Frauen zu. Es wird wirklich ein Blutbad geben, die es vielleicht in der ganzen Welt noch nie, in der ganzen Menschheitsgeschichte noch nie gegeben hat. Ihr wisst ja, dass heutzutage auch die Frauen dazu erzogen werden, dass es okay ist, dass sie kämpfen. Wenn wir Filme anschauen, sind ja immer die Frauen zur Zeit diese Helden. Ja, schaut euch mal diese Filme an. Es sind alles die Frauen. Die machen zur Zeit alle, benutzen sie Frauen für Helden. Warum? Weil sie die Frauen vorbereiten. Sie bereiten die Frauen vor für Kriegsdienst. Was ja Israel schon tut. Da müssen ja auch Frauen zum Kriegsdienst. Ja, wer ist dann am Schluss noch übrig, wenn Jesus Christus in den Wolken erscheint? Wie gesagt, Gläubige auf gar keinen Fall. Die Braut ist eh schon weg. Ja, die Braut geht nicht durch, durch den Sohn Gottes. Es sind ja nur noch die übrig, können noch übrig sein, die vielleicht gemerkt haben, aha, die Entrückung ist passiert, wir haben den Bräutigam vermisst. Wie schlimm kann das sein? Und, ja, ich weiß es nicht, ob sie dann irgendwie, ihr kennt vielleicht Bushcraft, was Bushcraft ist. Solche Leute, die überleben, die in die Wildnis gehen und überleben. Wenn ihr das könnt, wenn das jemand kann, dann kann er vielleicht überleben, diese Zeit. Aber alle anderen können diese Zeit nicht überleben. Ja? Diesen Sohn Gottes. Das heißt, diese Stille, wer es aushat, wer aushat bis zum Ende, passt gar nicht auf diese Zeit hin. Ja, das hat er ganz bestimmt nicht gemeint. Er hat entweder gemeint, diese Zeit, als eben die Zerstörung vom Tempel passiert ist, oder er hat gemeint, allgemein, jeder, ja, jeder, der aushat bis zu seinem Lebensende, das heißt, er weint, also er weint, also aushat, dass er Jesus nachfolgt bis an sein Lebensende, wird gerettet. Kommen wir zum Ende, es sollte noch ein kurzer, kurzes Video sein, zu diesem Thema. Aber ja, es schafft niemand, kein Gläubiger wird es durch den Zahn Gottes schaffen. Und auch die Ungläubigen, nur ganz wenige, werden übrig bleiben. Ganz, ganz, ganz wenige. Ja, ich hoffe, dass jeder aushat bis zum Ende. Heute, das Ende kann eben heute für viele sein, dass sie entrückt werden. Das kann für viele eben sein. Und wir hoffen, dass wir, genau mit Paulus hat er das genau die gleiche Hoffnung gehabt, obwohl er schon vor 2000 Jahren gelebt hat. Aber er hat damals schon gesagt, das ist unsere Hoffnung. Dass wir nicht sterben müssen, sondern dass wir überkleidet werden in einem neuen Körper. Diese Hoffnung haben wir heute noch. Dass wir heute, wir haben die Hoffnung, die Hoffnung ist ja für uns noch viel größer, weil wir ja wissen, nach 2000 Jahren müsste jetzt eigentlich der Herr kommen. Wir dürfen hoffen. Aber wie gesagt, wenn wir ausharren müssten durch den Zahn Gottes, hätten wir keine Hoffnung. Wir wissen ganz genau, dass wir sterben würden. Also ich weiß es. Also, lasst den Heiligen Geist euch immer leiden.